Wie ihr dem Titel schon hernehmen könnt, geht es diesmal um die Assassination Classroom The Movie 365 Tage Zeit Gewinnspiels. Bevor ich allerdings die Auslosung mache, noch ein kleines bisschen Eigenwerbung. Und zwar habt ihr aktuell noch die Möglichkeit, Fragen an die Publisher unter dieses Video zu schreiben. Einen Link dazu packe ich natürlich mit in die Videobeschreibung. Diese werde ich im Rahmen der Interviews, die ich sowieso machen werde, dann auch mitstellen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen. Und da ihr so auf Gewinne steht, mache ich aktuell noch mein 4-Jahres-Gewinnspiel, was auch gleichzeitig mein 1000-Abonnenten-Special ist, welches noch bis zu dem 25. März war es, glaube ich, laufen wird. Und dann kommen wir auch schon zur Auslosung. Den Link habe ich hier schon mal eingetragen. 40 Kommentare haben daran teilgenommen, also 40 Leute haben daran teilgenommen und gucken wir mal, wer gewonnen hat. Und es ist FreakJay. Die Lieblingscharakter sind Koro-Sensei, Nagi-Sakun und Bitch-Sensei. Lieber FreakJay, bitte schreib eine Nachricht an mich auf YouTube mit deiner Adresse, dass ich dir das Päckchen, die Blu-Ray, zuschicken kann. Und zwar ist das unter Kanal-Info hier bei Nachricht senden. Sollte ich innerhalb von einer Woche keine Nachricht bekommen, wird nochmal neu ausgelost. Versand ist auch nur nach Deutschland. Bitte bedenkt dies. Ansonsten vielen Dank an alle Teilnehmer und viel Spaß beim nächsten Gewinnspiel, was eventuell demnächst starten könnte.